Mh, Höllenschreine könnte natürlich Arthas wieder ganz gut sein für dich. Oh, jetzt haben wir den Garrosh dabei. Jetzt haben wir den Garrosh dabei. Schuhgartenberg. Können wir auch. Haben wir heute schon mal so geil gespielt? Nee, ne? Cool, die hab ich noch gar nicht. Was, für wen? Diese neuen Emojis da mit dem Geist. Achso. Warum pickt der jetzt nicht Raynor? Ja, weil Auriel First Pick einfach wichtiger ist. Keltas. Ja, und jetzt spielt das Rhyde. Oder Junkrat noch besser. Der soll Garrosh nehmen. Ja, war doch klar, dass sie Keltas nehmen. Jede Runde hast du einen Keltas, ey. Boah. Ich hasse das echt. Ich hab irgendwann eben nur noch Keltas gebannt. Die ganze Zeit. Ich hab... Boah, das macht mich irre echt. Ja, die Leute brennen. Alle rennen auseinander. Oder sie tun's nicht. Und du weißt halt nicht, wo du hinrennst. Dann rennen die auch zu dir hin, wenn du selber brennst. Boah. Ganz schlimm. Der soll Garrosh nehmen. Bin ich immer noch der Meinung. Ja. Oder Artis. War das denn der Garrosh? Ja. Artis wär halt nicht schlecht für die Höllen... 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 Garosh ist natürlich nicht gut, der kann nicht Solo leihen. Wir brauchen ja einen Solo-Leiter. Ja. Ach, was weiß ich, ey. Ich bin Bronze, ich kann nix sagen. Die Hooks brauchen wir jetzt ja nun nicht. Ja, das ist doch besser. Ich kann nicht losgehen. Ich kann nicht leben. Zagara, du Scheiße. Mhm. Mit Kälters und Hanso und Mohadin. Oh Mann, ey. Und man selber hat immer nur Junkrat und sowas, ey. Boah. Oh, Brightwing, ne? Die Scheiße. Wohl die Sommer den Natal in das Podium offen. Master Zagara. Master Zagara. Mit seinem Platin-Fünf-Mohadin-Freund. Und wir haben hier Placen-Boys dabei. Na gut. Ey, wenn die krass sind jetzt, weil das ist dieselbe Dreier kommt, die uns gerade gereckt hat, die Runde. Oh, da lass uns die mal einladen. Oh, da lass uns die mal einladen. Ich sag dir, die Master Zagara wird alles wegpushen, wenn wir nicht aufpassen. Der Kampf beginnt in 10 Sekunden. Die wird direkt top gehen. Fünf, vier, drei. Und die wird sich an einem Atanis richtig krass hochstacken, ne? Das ist der Kampf beginnt. Meine Einschätzung sind 200 Stacks in dem Spiel für Zagara. Gucken wir mal. Das ist der Kampf. Ja, da. Ist das Blatt? Jo. Ich kann's auch nicht fassen. Das verschreckte Explosion vergessen. Ja. Ich sag so, wat? Wir haben wat geholt, sonst platzen doch bei uns nimmer alle. Die macht gar keine Hydra, ne? Fokuss die Hydra. Ich kann mir eigentlich wegproxen. Ja. 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 Oh. ja er hat noch gebrannt von einem auch wieder auf den ich habe ihn erwischt knapp verfehlt im 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Disc�DF, 2020 期runde Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2020 Nick Verdammt Verdammt Hm Gerne Voll in den Stunt vom Halter Nioh . . . . . . Sorry, ich habe zu früh D gedrückt. Ich habe es nicht mehr, ich habe es nicht mehr, ich habe es nicht mehr. Was ist denn jetzt los? Jetzt gehts aber los. Komm, viele Stacks jetzt hier. Das hat uns schon mal vier Stück beschert. Fünf. Sechs. Ah, schade. Den erwischt er, der wird tot gewesen. Egal, die Camps, die pushen. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll war für die. Top-Keep ist vielleicht weg, wenn wir Glück haben. Sollte, ja. Müssen ein bisschen Creed kaputt machen hier. Die Vision weg geht. Oh. Seid ihr unten irgendwie nötig, oder so? Nein, oder? Na da. Ja. Der nächste Schrei wird bald aktiv sein. Ja. 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 Kann sein, hab ich nicht gesehen, ne. Ja. Ja, oder? Ja. Ja. Geh, Geh, Geh! Jetzt sind die anderen da Scheiße Ich hab Ult, ne? Ja Okay Okay Kann sie pullen? Jo, ich hab noch 15 Sekunden cooldown Ja, der ist tot Okay Dead Red Oh, er hat uns eingefroren Das war solide Ja, aber wie gesagt, ich glaub die drei, die sind auch nicht schlecht Könnt sogar sein, dass dort irgendwelche Smurfs sind oder so Wie gesagt, die haben uns ja eben auch voll vorgeführt mit dem Anna Sleep und dem Garrosh Wurf und so Was war an dir? Ja, das war... Also Garrosh war dabei, Anna auch? Ich glaub ja Ich verfluche euch, Eindringlinge Was? Ich verfluche euch, Eindringlinge? Ach, ich hab die Quest voll Okay Warte, nun lege ich jetzt mal auf bereit und... Ne, der Healer war Götte gar nicht zu denen Der Healer war random Und nur der Garrosh und der Rainer Spinnenwächterin, ich habe frische Beute für euch gefunden Okay Jaja, gut